Ja, du fragst mich, weil ich aufstehe? Ich stehe auf jeden Tag um 6. Warum ich jeden Tag um 6 aufstehe, weil ich mir sage, ich möchte eher aufstehen als die anderen. Ich möchte einfach schon im Tag sein und möchte einfach den ersten Schuss für mich allein haben. Ich meine, das kann jeder und die meisten bepennen und deswegen stehe ich zu früh auf. Warum ich das mache? Ich mache das, weil ich einfach gemerkt habe, in den letzten Jahren, ich habe echt so viel Scheiße erlebt, also wirklich scheiße, aber auch viel Gutes, dass ich überlegt habe, okay, was ist denn eigentlich gut? Und ich habe gemerkt, wenn ich früh aufstehe, habe ich super oft Kunden gehabt, die gesagt haben, ey, Alter, ey, Nana, bist du irgendwie schon so ab 7, halb 8, so fit? Ja klar, Mensch, Energie, ich könnte Bäume ausreißen. Sie haben einen Auftrag. Da habe ich gemerkt, ey, wenn ich selbst meine Kunden damit motiviere, ey, dann tu das auch. Und natürlich bin ich müde und stehe so auf und die Frau will mich festhalten mit einem Runde und sagt, nein, ich muss raus. Es ist für mich genauso schwer wie für euch auch. Aber hey, ich habe mir gesagt, ich ziehe es einfach durch und ich glaube, wenn ich das weiter durchziehe, komme ich Step by Step weiter. Ja, wo ich hier bin, ja, wo ich hier bin, ist ein geiles Rooftop von einem sehr guten Freund und Businesspartner von mir. Wir hatten hier ein tolles B2B Networked and Entertainment Event in Kooperation mit Diplomatic Council und Blue Horizon. Und das ist genau das, was ich meine, weil ich halt einfach mehr arbeite, früher aufstehe, mehr Sport mache, einen anderen Fokus habe, kriege ich dann solche Geschenke und habe ja so einen Ausblick. Ich meine, ey, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland komme, ich werde sicherlich jetzt nicht langschnippig werden, im Gegenteil, noch früher aufstehen, um einfach noch mehr so etwas zu erleben. Also ich habe auch gemerkt, dass selbst hier so etwas ankommt und hier Leute auch einfach länger schlafen. Was meine Träume sind? Ja, meine Träume sind natürlich, klar, toi, 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 gesund zu bleiben, die Energie weiter aufrechtzuerhalten, mein Umfeld weiter anstecken zu können, mit meiner Frau einfach auch glücklich zu bleiben und einfach, ja, Step by Step mich nach vorne arbeiten. Das ist mein Traum. Ziel? Ziel ist es, ja, klar, jeder will reich werden. Ich meine, wenn du hier oben stehst, da könnte man denken, klar, die Person ist reich, ja, kann man so sagen und man möchte auch reich werden, aber reich ist natürlich auch immer relativ, weil, ich hatte ja gerade schon gesagt, Gesundheit ist natürlich für mich sogar natürlich noch wichtiger, weil das bringt dir das, wenn du reich bist und du bist nicht gesund. Aber so finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, die Angst zu haben, irgendwie die Mieten nicht zu zahlen, Finanzamt nicht zu zahlen, seine Mitarbeiter nicht zu zahlen, nicht zu essen zu haben, das muss weg, das muss weg. Das ist einfach abgefuckt und das zieht runter und das ist was, was einfach scheiße ist und von daher Gas geben und wenn halt Menschen sagen, ja, wenn du umkippst, dann kipp ich halt um, aber ich glaube einfach, dass ich nicht umkippe, weil ich einfach mehr Energie habe und von Gott beschützt bin und für ganz Großes, ja, geschaffen bin. Das ist das, was ich glaube. Ja, wenn ich grüßen möchte, ja, du bist ja lustig, ja, wenn ich grüßen, ich möchte grüßen, ja, meine ganzen Supporter, meine ganzen Hater, euch, ich liebe euch, Hater, ihr seid, oh, geil, ich liebe euch, also ich liebe eure Hates, die ich spüre, wenn ich irgendwo vorbeifahre, hinterm Rücken rede oder auch nicht liked oder auch hinterm Rücken Leute zulabert, meine Freunde ansteckt mit Scheiße, meine Mitarbeiter ansteckt mit Scheiße, ich liebe es. Es gibt mir Kraft, es gibt mir Power, geil, meine Hater, die grüße ich, also deswegen, Hater, I love you, mehr davon. Ich habe mal gehört, wenn du nämlich mehr Hater hast, hast du mehr Erfolg, da ist was dran. Ob ich noch was sagen will? Nein, ich würde nichts sagen, außer ich würde mich bedanken, dass ich hier so ein tolles Event haben konnte in New York in Kooperation mit Diplomante Council und Blue Horizon, B2B Networking and Entertainment Goals New York, davor waren wir in Cannes und davor in Beverly Hills und jetzt geht's nach Belgien und danach noch nach London und alles nur, weil ich früher aufstehe als die anderen. Ganz easy, probier's auch mal.